Komm, verpiss dich, du bist gerade abgehauen. Hast mich da alleine stehen lassen, du Affe. So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich habe dir taktisch den Rücken von hinten gestärkt. Weithin. Herzlich willkommen zurück zu Pasmophobia. Wir sind heute im Blastail Farmhouse. Der Stromgenerator ist, wenn wir reinkommen, so rechts, genau hinter der Treppe, wenn das da ist, wo wir reinkommen. Genau, wir zocken nämlich heute wieder mit der Jasse und auch fortgeschritten. Wir wollen jetzt einmal die ganzen Häuser durcharbeiten. Ich hasse Gewitter. Also in dem Spiel, ich erschrecke mich da immer. Hörst du mich schon wieder nicht? Doch. Ja. Ich rede die ganze Zeit. Ich sage, wir müssen den ihm Affe da nehmen. Dann müssen wir einen Geist dazu bringen, die Kerze auszublasen und durch Salz latschen muss er. Muss sie. Ja, ist aber der Geist. Die Geistin. Die Geistin. Du kannst ruhig mal ein bisschen gendern. Ja. Geisterinnen. Ne, Geisterinnen. Karen Martin. Schon wieder Martin. Das ist ja mehr Zeit. Das macht ja keinen Sinn. Ach, leck mich. Vielleicht sind die ja miteinander verwandt. Das stimmt. Was mache ich denn hier? Finde ich jetzt doof? Ne. One moment. So. Das ist interessant. Ruhe. Wo fährt's? Sag das dem Gewinner. Wo fährt's? Iiiiih, fett mal. Äh, wo musste ich denn hier hin? Oh Gott. Ja, ich bin aus Gewohnheit auch gerade abgebogen. Oh Gott, oh Gott. Hier finde ich doch nie zurück. Wo ist der... So, Strom ist gleich hier vorne. Ach, dieses komische. Ich habe hier schon mal Licht angemacht. Ist halt auch mit Licht mega dunkel. Oh Gott, ist das gruselig, ey. Wir haben hier 10 Grad. Schon gruselig. Im Eingangsbereich schon. Jetzt ist es wärmer. Oh, das... Hä? Habe ich jetzt Licht angemacht oder nicht? Ja. Ja. Stopp. Oh. Hier geht's nach draußen. Oh, hier liegt ein Hackeball. Brauchst ein Hackeball? Mit Blut. Ja, das ist zum Essen, ne? Hm, lecker. Was ist denn da eingelegtes? Kartoffeln oder Zwiebeln? Stiefelbräu... Oh, hier steht Bier. Eieieieiei. Könnt ihr. Karen? Ich hab... Karen, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Ich glaub' ich hab' den Raum. Hier sind 13 Grad. Jetzt wärmer. 13. 13 Grad hab' ich hier. Wo bist du? Karen, bist du hier? Was hab' ich da Stativband mitgenannt? Ich hab'n Knochen. Karen, gib mir ein Zeichen. Wo bist du? Ich hab'n Knochen. Ja, ich hab' dich gehört. Und ne Axt. Die musst du mitnehmen. Äh, Karen ist in ne Küche. Nein, Karen ist in ne Küche. Könnt ihr hier so ein Buch rausschubsen? Nee. Könnt ihr hier die Kamera hinpacken? Wenn ich wüsste, wo die Küche ist? Hier. Ach, hier. Karen? Also hier hab' ich auf jeden Fall 8 Grad. Ich hol' mal Stuck. Ja, aber muss ja nicht heißen, dass sie hier ist. Doch, 8 Grad ist Geistertemperatur. Oh, hier hat sie die Dose bewegt. Ich hab' ja gesagt, dass sie da ist. Ich hab' immer Angst, dass wenn ich die Kreuze schmeiße, dass der Gleis gleich wieder abhaut. Da ist nur ihr im F3. Wo? Hier hinten ist die, hier. Die hat nämlich die Dose runtergeschmissen. Ja, hier 3 aber nur. Dämon, weiche aus hier. Ja, ich schmeiß' trotzdem eins hier an die Küche hin. Irgendwie hier so. Jetzt haben wir zwei Kreuzer. Achso, ich hab' ja das. Hast du das Buh? Hab' ich grad hingelegt. Okay. Jön hat's ja eigentlich noch gar nicht angehört, ne? Ich nehm' erstmal die Box mit. So, ich höre jetzt den Dose-Projektor und die, ähm, die Geisterbox. Hast du schon wieder... Oh, sie schreibt ins Buch. Sie schreibt ins Buch. Oh, voll gut. Wir müssen das abfotografieren. Was hat sie denn geschrieben? Hallo, Jasmin. Gar nicht. Der piept auch hier die ganze Zeit. Aktivität? Ich glaub', wir haben Gefrier. Ich glaub', ich hatte eben, äh, Gefrier-Atem. Okay, ich hol' mal ne Kamera. Oh, 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 oh. Okay, nee. Den brauch' ich ja nicht mehr hier. Wir haben Geister-Worps. Ja? Ich nehm' mal das Feuerzeug mit, ne? Wegen Kerze. Ja, Kerze müssen wir suchen. Ich hab' schon ein... Ich weiß schon, wo eine ist. Okay, ich hab, ähm... Ich hab' ein Dings hier. Also, wie ist denn meine ist denn ein Dingsbums hier? Schlechter als meine. Mitch, hau' doch mal ab, Junge. Komm, keine Zeit verlieren. Ich muss doch die Pillen nehmen. Du hast ein ganz schönes Problem. Pillen nehmen. Wunderbar. Genau. Oh, ich hab' gar nicht... Hast du das UV-Licht eingesteckt? Nein. Ich hol' das mal eben. Hast du den Knopf noch eingesteckt? Nein. Okay. Muss ich? Muss ich den einstecken? Ja, besser ist. Muss ich den einstecken? Besser ist. Äh, gib Geld. Kriegst du einmal Geld dafür, dass du den Knochen schon grafiert hast, als Ereignis zugesehen. Oder nicht Ereignis, sondern als Beweis. Und wenn du den mitbringst, kannst du dir... Also der wird dann quasi verkauft. Den hast du auch nochmal Geld. Also die kann ich ja hier stehen lassen. Die Gegenstände... Die kannst du auch alle früh grafieren, wenn du welche siehst. Also das ist in der Regel ja immer nur eins. Eins pro Haus. Das haben wir jetzt zu mitnehmen müssen, die Kerze. Ja, ich hab' das nicht hingekriegt. Oh Gott. Himmelbacke, ey. Komm, wir gucken in die Küche. Komm, verpiss dich. Du bist grad abgehauen. Hast mich da alleine stehen lassen, du Affe. So würde ich das jetzt nicht sagen. Ich hab' dir taktisch den Rücken von hinten gestärkt. Weithin. Tja, wo könnten hier die Gegenstände sein? Warte mal kurz. Okay. Aber die fest auch nix an, ne? Dass man hier mal Fingerabdrücke gucken könnte. Ich krieg' gleich Besuch. Oh, willst du draußen warten? Wär vielleicht besser. Was haben wir denn jetzt da ab? Jetzt geht es mit der Revenant-Farbe. Hmm, Revenant. Kappiertemperaturen. Und Geisterbox. Ich war ja eigentlich der Meinung, ich hätte gekappiert Temperaturen gehabt. Ich hab' mich in das Thermometer hingepackt. Und hier haben wir das auch. Der Geiss, falls du nicht wirst, ist ein Revenant. Wie siehst du? Karen. Karen! Komm bitte raus! Karen, wo bist du? Oh, das ist eine gute Dug. Karen! Muss ich weg. Ja, Drei Sterne Geist. Oh mein Gott. So. Ich brauch doch hier eine Neue. Cool. Was haben wir denn noch? Durch Salz? Das können wir auch noch hin. Ich hab ein Foto vom Geist. Es ist ein Revenant. Hast du dann alles oder was? Ja, ich mach jetzt die letzte Quest mit dem Salz. Ich bin hinter dir. Okay. Okay. Sie war hier. Das ist so. Es gab keine Karte. Man hat eine neue Frage. Hier sind die Kontrollen. Aber die Quest auch erfüllt. Voll super. Wie hieß die nochmal? Karen, ich hab ein Foto von ihr und wir haben alle Quests. Ja. Mega gut. Also wir haben jetzt alle vier Ziele erreicht. Der Geist ist ein Revenant und der letzte Beweis war Gehirtemperatur. Hast du alles eingetragen? Ja. Okay. Kontrolle. Ab deine Base. Jetzt kommt das Geisterbots beim Mimic. Hm. Jetzt bin ich mal gespannt. Und wir haben alles. Wir haben alle vier Aufgaben. Wir haben Fotos. Wir haben Knochenbeweis. Wir haben keinen Ton. Richtig gut. Na, ich bin Level 5. Schon wieder gelevelt? Ja, bald bin ich Level 6. Fehlt nicht viel. Kann man das sehen. Achso, beim Ballen. Ja. Ja. So. Ich bedanke mich erstmal fürs Einschalten. War ja eine gute Runde. Hat gut funktioniert. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao. Ciao.